Herzlich Willkommen bei Soccer Performance. Wir zeigen dir eine Übung mit der du deine Ballannahmen verbessern kannst. Wir haben einen anderen Fuß. Vom ersten Sack rüber, ja. Dann machen wir jetzt die neun Niveau. Ich mache mal ein Ball. Ja, das geht mit der Ausbreiteleitung. Und ich denke auf der Ausbreiteleitung, die ich nicht in der Form bin. Das wird jetzt hier wirklich schnell witzig, dann wieder raus. Das werden wir da. Ja? Ja, genau. Komm, erster Kontakt. und das ist gut, dass die Bühne ja und hier auch ja und die andere Seite ja vom Hauptseite ja 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 vom Knie verputzen der Start und dann machen wir noch kurz die Scherbe und dann wie du hier hinten rein schickst und dann rollst du hier wieder so und fließend an also der erste so hier rein über die Linie und dann rollst du hier hinter dein Bein und dann rollst du hier hinter dein Bein so roll also nicht so roll machen du rollst über den Bein ja genau weil du dann hilfst du hier hinten und dann rollst du über den Bein ok ja 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 einmal anders her ja genau stark rückst du den Pass wieder nimmst du mit 6 über rein und rückst du dann hier den Ball durchlegen und dann und dann gehst du so rum wieder hinter den Bein dann kickst du den Pass gehst wieder rein und spielst du wieder ok ja 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 und dann komm erster Kontakt rein ja 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 wirklich gemühen man den Ball und dann versuch gleich mit rechts zu spüren zwei Kontakte ja 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 Jetzt hast du ein paar Übungen gesehen, mit denen du vor allem deine First Touches, deine ersten Ballkontakte trainieren kannst in die Bewegung. Schön mitnehmen. In der Halle ist es natürlich noch mal schwerer. Wir werden das jetzt noch ein paar Durchgänge machen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.